grüß euch leute ja ihr habt richtig gelesen es gibt ein ingame glitch bzw ingame hack wie man von level 0 auf max level derzeit glaube ich 50 sofort kommt es kann auch 100 sein dabei es funktioniert hat man auch 50 kommt ja also man ist hier am spawn während man die deutsche spielt ja also die achsen richtig und geht in dieses haus hier rein ich bin derzeit level 15 jetzt gehen wir hier rein gehen wir hier hoch jetzt sehen wir hier kisten zwei stück ja wir springen drehen uns im kreis dass wir die kisten sofort sehen jetzt stehen wir auf klopfen mit dem schwanz auf den tisch ja und dann klopft man sich selber noch auf den kopf und tada ist level 50 jo also leute probiert es aus es klappt wie ihr gesehen habt ist gut tschüss